hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns an wie du eine lineare regression in power buy ermittelst bevor wir loslegen können bitte ich euch diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den business transfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen jetzt starten wir los ziel der linearen regression ist es einen linearen zusammenhang zwischen zwei variablen zu modellieren das heißt du möchtest eine abhängige variable aus einer unabhängigen variable vorhersagen die mathematische funktion die diesem verfahren zugrunde liegt legt also eine gerade zwischen die datenpunkte und sieht in der regel folgender maßen aus y ist gleich der steigung das entspricht dem buchstaben k mal x plus den abstand auf der y-aktie mit dem buchstaben die mittels der einfachen regressions analysen können drei arten von fragestellungen untersucht werden da wäre zunächst die ursachen analyse gibt es einen zusammenhang zwischen der unabhängen und der abhängen variablen und wie groß ist dieser dann gibt es noch den punkt wirkungsanalyse wie verändert sich die abhängige variable bei einer änderung der unabhängen variablen und zu guter letzt auch die prognose ist zu erwähnen und zwar können die messwerte der abhängigen variablen durch die werte der unabhängigen variablen vorhergesagt werden bevor wir uns die statistische resultate der linearen regression ansehen ist es ist wichtig vorher anhand eines diagramms zu überprüfen wie denn der datenzusammenhang aussieht und ob eine lineare funktion dem datenmuster überhaupt gerecht wird dazu habe ich im power bi wie hier geöffnet ein datenset und zwar ist dieses aus den umsatz zahlen nach region und land und datum und damit wir nun dieses datenset nun anzeigen können beziehungsweise planten können um ein besseres bild der regressions gerade zu bekommen wählen wir im bereich der visualisierungen der standard visual punkte diagramm aus und wähle nun für den bereich details das datum und selektieren nun auf der x achse beispielsweise die anzahl verkaufte mengen auf der y achse möchte ich mir den profit ansehen und erhalte nun diese grafik als nächstes kann ich nun die regressions gerade für dieses diagramm anzeigen zuvor möchte ich aber das datenset auf eine region einschränken dazu gebe ich noch in den filter die region und selektiere australien als nächstes möchte ich nun wie gesagt die regressions gerade einblenden dazu will ich nun in der visualisierungen analyse und gebe die trendlinie hinzu nun sehen wir die entsprechende gerade nun kommen wir auch schon ins detail und zwar wie kann ich nun den korrelations koeffizient er ermitteln dieser liegt ja immer zwischen minus 1 und plus 1 bei 1 liegen alle punkte auf der geraden und die steigung ist positiv wenn der korrelations koeffizient minus 1 beträgt dann liegen alle punkte auf einer geraden negativer steigung bei 0 ist entweder die steigung 0 oder die punkte streuen so in der xy ebene dass keine vorzugsrichtung erkennbar ist zwischen diesen fällen gibt es aber zwischenwerte die möglich sind nun wie können wir diesen korrelations koeffizient ermitteln dazu gibt es die möglichkeit ein neues quick measure anzulegen und erhalte nun ein weiteres fenster in dem ich nun mehrere berechnungen auswählen kann am unteren ende gibt es noch die auswahl der koalitions kreffizienten und wähle diese aus gebe nun für die kategorie wie im diagramm auch das order date an und auf der x-achse hatten wir die verkauften mengen und auf der y-achse den gewinn ich bestätige mit ok und power bay errechnet sozusagen in einem measure dieses koalitions koeffizienten er und steht uns nun als measure zur verfügung ich kann dieses einblenden beispielsweise über eine das hat so schnell über eine karte und gebe das hinzu nun sehen wir dass für diese beiden variablen das ergebnis für den koalitions koeffizienten er bei 0,67 liegt ich hoffe ich konnte euch dieses thema näher bringen falls erfahrung dazu habt hinterlassen wir einfach ein kommentar ich versuche euch zu antworten und freue mich natürlich wenn ihr auch im nächsten video wieder mit dabei seid bis dahin alles gute und viel erfolg